Nur ganz schnell demonstriert, wie man den großlummigen, hyperangulierten Absaugkatheter als Einführhilfe von Bougie benutzen kann, wenn man einen Atemweg hat, wo man am Ende nicht um die Ecke rumkommt. Entweder weil die Epiklottis riesengroß ist oder der RW so steil abgeht, dass man kaum um die Ecke oder gar nicht um die Ecke kommt. Kommt öfter vor, wenn man ein hyperangulites Blade wie dieses D-Blade benutzt und das einführt. Ich demonstriere das mal aus der Sicht von nicht so gut eingestellten Atemweg. Wenn ich jetzt hier versuche runter zu kommen, passiert sehr oft, dass der Bougie in den Ösophagus, in die Speiseröhre abrutscht und ich kann manipulieren und das ist schwierig. Was ich dann machen kann, ist eben einen von diesen großlummigen, hyperangulierten Absaugkathetern zu Hilfe nehmen und mich mit dem am Blade entlang runterarbeiten und den Ausgang dieses Katheters oder den Katheter an den Stimmritzen platzieren. Dann führt mir der Simon in dem Fall hier den Bougie runter und wenn der Bougie 20 cm, 15-20 cm eingeführt ist, nimmt der Simon den raus, den Katheter raus und ich halte den Bougie fest und jetzt wird der Tubus, hast du den Bougie, unter Sicht eingeführt. Und so habe ich im Falle von einem, jetzt kannst du ihn rausnehmen, dankeschön, schwierigen Atemweg, warum auch immer, weil die Beklottes im Weg ist oder es zu arg anguliert ist, den Katheter als Einführhilfe benutzt. Zum Abschluss hier noch ein Beispiel aus der klinischen Praxis bei einem Patienten mit einem relativ engen Atemweg und wie man gleich sehen wird auch mit einer hängenden Epiglottes. Das heißt, obwohl die Spitze vom Laryngoskop eigentlich relativ gut an der Lingula sitzt, lässt sich die Epiglottes nicht so richtig anheben. In so einer Situation kann man natürlich versuchen, mit dem Bougie unten durchzufädeln, aber viel eleganter ist es eigentlich, den Ducanto zu verwenden, der dadurch, dass er so starr ist, auch in der Lage ist, die Epiglottes so ein bisschen anzuheben. Man sieht, wie jetzt hier durch den Ducanto der Bougie unter Sicht und sanft in die Trachea eingeführt wurde. Wichtig ist bei dem Manöver vor allem auch, dass man immer schön Abstand zu den Stimmbändern und diesen ganzen delikaten Strukturen hält, um dann nichts zu zerstören mit dem starren Sauger. Jetzt wird als nächstes Seldinger technisch der Tubus vorgeführt. Das Ganze unter Sicht und den Atemweg möglichst gerade zu halten. Und man hat intuiert.